Herzlich willkommen zum Vortrag, die Idee Metaverse, Blockchain-gestützte Technologie der Zukunft? Fragezeichen. Ich begrüße recht herzlich alle Teilnehmer hier live vor Ort bei Software Systems sowie alle Teilnehmer, die jetzt aktuell live den Stream auf YouTube verfolgen. Mein Name ist Stefan Schlegel, ich bin Entwickler bei Software Systems und beschäftige mich auch mit der Thematik Blockchain. In dem Zusammenhang liegt es nahe, sich auch mit der Thematik Metaverse zu beschäftigen. Metaverse, das ist der Gedanke, die Idee, die Vision von Mark Zuckerberg, die reale Welt in die virtuelle Welt zu verlagern. Dort bedarf es aber einem immensen Aufwand an Entwicklung. Dort hat er auch relativ viel Geld investiert, um das Metaverse zu entwickeln. Doch wie ist der Stand jetzt circa nach einem Jahr? Meta produziert Hardware und da haben wir auch die ein oder anderen Brillen bei uns im Einsatz, mit der man in die VR-Welten eintauchen kann. Das ist ein Oculus Quest 2, noch relativ klobig. Ja, es könnte durchaus vom Komfort her etwas besser sein, aber ich bin guter Dinge, dass sich in den nächsten Monaten, gar vielleicht auch Jahren sehr viel tun wird. Wir arbeiten virtuell. Wir haben gelernt, mit der Zeit gezwungen durch Corona natürlich, virtuell miteinander auch zu mieten. Jeder kennt sicherlich die Applikation Teams, WebEx oder Zoom, um miteinander Konferenzen durchzuführen. Das haben wir gelernt, das ging in Fleisch und Blut über und so kommunizieren wir heute ohne uns ständig vor Ort miteinander treffen zu müssen. Doch was ist, wenn wir noch eins oben drauf setzen, uns in 3D virtuell in Räumen treffen? Sich in 3D zu bewegen oder zu kommunizieren, ist immer noch etwas ganz anderes als irgendwo vor einem Monitor mit einer Kamera zu sitzen. Das Feeling, wenn man mit anderen Leuten kommuniziert, zu Handbewegungen, Augenbewegungen, Mimiken, Gestiken, all das rückt natürlich mehr an den Vordergrund, wenn wir uns virtuell in einem Raum befinden in 3D. Und das ist die Idee und die Inspiration, die das Metaverse mit sich bringt. Ich selbst arbeite auch öfters gern in 3D, habe meine virtuellen Monitore vor mir, sitze quasi in einem Raum, der es mir erlaubt, die Monitore zu justieren und mir dann auszuwählen, was ich an welcher Stelle wo gerne sehen möchte. Kommunizieren, Eingaben, alles möglich, nur dass ich eben nicht zu Hause in meinem Büro oder auf Arbeit im Büro sitze, sondern eintauche in eine virtuelle Welt. Man könnte auch irgendwo im Zug sitzen, sich einfach die Brille aufsetzen und hätte sofort Zugriff auf alle wichtigen Daten. Kurz ein paar Worte zu meiner Agenda. Ich möchte noch einleitend erzählen, welche Technik wir hier im Einsatz haben, welche Techniken gibt es überhaupt. Dann relativ schnell zu dem Thema Blockchain und der Gedanke des Web 3.0 überspringen und das machen wir nicht, indem ich hier die ganze Zeit die Folien präsentiere, sondern wir werden direkt in ein VR-Meeting reinschauen. Wir haben im Vorfeld eine VR-Sitzung aufgezeichnet, in der ich all diese Themen habe besprochen. So haben sie gleichzeitig mal ein Feeling, wie es ist, in VR miteinander zu arbeiten, miteinander zu kommunizieren und sich über Themen auszutauschen. Zu den eingesetzten Produkten. Wir haben hier bei uns die Oculus Quest 2 im Einsatz. Diese ist bereits schon ab 440 Euro zu erhalten. Das bedeutet, es ist ein gutes Einsteigergerät, um relativ schnell und einfach Erfahrung zu sammeln in VR. Ein etwas höherwertiges Produkt ist die Quest Pro. Die besitzt zum Beispiel schon die sogenannten Pancake-Linsen, mit der man ein breiteres Sichtfeld hat, 20% eine höhere Auflösung und die Quest Pro hat sogar Kameras, die einen die Augen überwachen. Dadurch sieht das Headset, wo ich gerade hinschaue, ob ich blinzle. Mimiken, Gestiken, Mundbewegungen, all das kann in VR in einem Avatar auch repräsentiert werden und das macht diesen Avatar natürlich noch viel authentischer. Ebenso durch das Eye-Tracking konnte die Performance gesteigert werden, indem, da wo ich gerade hinschaue, nur dort die Pixeldichte erhöht wird, um es detaillierter zu präsentieren. Die Quest 3 soll dann Mitte, Ende des Jahres kommen. In diesem Produkt werden die ein oder anderen Features natürlich übernommen von der Quest Pro, aber das soll quasi das Consumer-Produkt von Meta bleiben. Natürlich gibt es auch eine Menge anderer Hersteller, hier nochmal eine kleine Auswahl, die vorrangig für den Gaming-Sektor diese Headset produzieren. Ohne diesen Gaming-Sektor wären wir heute nicht da, wo wir sind, denn dadurch können Einnahmen generiert werden und die Weiterentwicklung gesichert. Spannend finde ich aber, dass auch Apple im Frühjahr 2023 ein Headset rausbringen möchte. Das wäre jetzt. Wie wir aber schon lesen können, es verschiebt sich um zwei, drei Monate. Ich bin definitiv gespannt darauf, welches Design und welche Performance Apple uns dort an der Stelle bieten möchte. Ich möchte jetzt wechseln zur Blockchain und den Gedanken des Web 3.0. Wie angedeutet, wechseln wir jetzt auf ein Meeting, auf ein VR-Meeting, wo ich mich mit Kollegen getroffen habe, welches wir im Vorfeld haben aufgezeichnet und würde an der Stelle einfach sagen, ich gebe ab in das VR-Meeting. Bis später. Also dann herzlich willkommen in dem Meeting. Hier sind meine Kollegen mit anwesend. Wir können mal alle Hallo sagen zu den Teilnehmern im Stream und auch live bei Softed. Ich habe eingeladen den Björn. Björn hebt mal den Arm. Ja. Jawohl, hier ist neben mir links sitzt der René. Drüben sitzt bei mir die Konstantin à la Katja, auch mit anwesend, und unser Kameramann, der Markus alias Aaron. Jawohl, das ist er. Er begleitet uns heute und macht die technische Leitung quasi von diesem Meeting. Ich habe euch eingeladen, um euch zu präsentieren und zu zeigen, was das Metaverse eigentlich ist und möchte demonstrieren, welche Technologie eigentlich dahinter steckt. Wie schon erwähnt, das Metaverse ist nicht nur einfach eine Applikation, wo man sich in VR miteinander trifft und unterhält, sondern das Metaverse, dort steckt der Gedanke der Blockchain mit dahinter. Daten zentral, dezentral abzuspeichern. Und da müssen wir erst mal klären, was ist eigentlich überhaupt eine Blockchain? Eine Blockchain ist ein System von vielen verschiedenen Programmen, die nennt man auch Notes, die verteilt auf der Welt aktiv sind. Diese Knotenprogramme, die in einem großen Netzwerk laufen, die jetzt keine Unternehmen, das sind einfach nur PCs, die irgendwo gestartet sind und mit dem Netzwerk verbunden sind. Jeder Knoten, jeder einzelne Rechner, und das können hunderttausende Millionen Rechner sein, haben die Blockchain bei sich valide bis zum letzten Punkt. Jedes Mal, wenn ein neuer Block hinzukommt, nimmt jeder Knoten einen neuen Block auf. Je mehr Knoten in dem Netzwerk vorhanden sind, umso sicherer ist das Netzwerk. Wie ist aber jetzt so ein Knoten aufgebaut? Wie entstehen neue Blöcke? Und das möchte ich mal demonstrieren. Die Blockchain besteht aus vielen einzelnen Blöcken, die aneinandergereiht werden. Diese Blöcke werden von den Knoten erstellt und validiert. Und immer wenn ein neuer Block entstanden ist, müssen alle Knoten diesen Block verifizieren. Dieser Block besteht aus Datensätzen, Transaktionen, Zuweisungen. Wichtige Informationen, die können ein bis zehn Megabyte durchaus sein und beinhalten jeweils auch immer einen Hashwert des davor liegenden Blocks. Auf die Art und Weise wird sichergestellt, dass der davor liegende Block nicht manipuliert werden kann. Dadurch entsteht mit der Zeit eine lange Kette von Datenpaketen, genannt auch Blockchain, welche Informationen beinhalten, die nicht mehr verändert werden können. Das ist eine Blockchain. Diese Knoten, was ich eingangs erzählt habe, sind kleine Kommandozeilen-Tools-Programme, die selbst sogar auf einem Raspberry Pi laufen. Also jeder, der einen Knoten in einer Blockchain betreiben will, braucht eigentlich nur ein kleines Gerät mit natürlich einer großen Festplatte, um die gesamte Blockchain abspeichern zu können. Die kann durchaus 400, 500, 800 Gigabyte groß sein und wird mit jeder Minute auch immer größer. Schauen wir uns das kleine Gerät mal etwas genauer an. Das ist der Raspberry Pi. Dem habe ich ein kleines Display noch verpasst. Man sieht angeschlossen eine 1TB SSD-Festplatte sowie ein Netzwerkkabel. Über das Netzwerkkabel ist es dem Gerät möglich, Verbindungen zu anderen Knoten herzustellen. Dieses Netzwerk ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, nennt man auch das Lightning-Network, welches eine Layer-2-Schicht bildet über dem Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, es werden Transaktionen im Lightning-Network durchgeführt und das Ergebnis dieser Transaktion dann irgendwann auf der Blockchain abgespeichert. Auf dieses Gerät kann ich auch mittels SSH zugreifen und dort Einstellungen vornehmen, Services aktivieren, konfigurieren. Da das aber zu kompliziert ist, verwende ich hier das Web-Interface, weil über das Web-Interface kann man dort an der einen oder anderen Stelle das Gerät viel effektiver konfigurieren. Ich rufe dazu einfach in meinem Browser das Gerät auf und das ist die Startseite von dem Raspberry Pi. Dort sehe ich mein Balance, was auf dem Gerät hinterlegt worden ist, sowie ein paar wichtige Informationen zu Transaktionen, die in Vergangenheit durchgeführt worden sind. Auf diesem Gerät selbst kann man wiederum Apps installieren, unter anderem eben auch das Lightning-Netzwerk. Das ist jetzt die Seite, die auf dem Gerät aufgerufen wird, mit der ich das Lightning-Netzwerk konfigurieren kann. Grundsätzlich muss eine sogenannte Peer-to-Peer-Verbindung hergestellt werden. Das heißt, der Knoten muss sich mit anderen Knoten verbinden und da kann ich unter Peers hier einen neuen Knoten hinzufügen. Woher weiß ich, welchen Knoten ich hier hinzufügen möchte? Dazu gibt es wiederum eine Webseite. Hier mal live dargestellt das aktuelle Netzwerk und deren aktuellen Channels, sogenannte Transaktionsverbindung, wie es aktuell live in Betrieb ist. Es gibt auch eine Webseite, wo man einen Überblick hat. Könnte ich unter Locations gehen und zum Beispiel mal schauen, was so in Deutschland los ist und dann nehmen wir mal diesen Knotenpunkt. Ich kopiere mir hier den Public Key heraus, gehe zurück zur Konfiguration und trage den Public Key an dieser Stelle ein und möchte gerne mit diesem Knoten eine Verbindung herstellen. Das war erfolgreich und schon habe ich eine weitere Verbindung mit einem Knoten in dem Lightning-Netzwerk hergestellt. Nachdem ich so eine Verbindung hergestellt habe, kann ich sogenannte Channels hinzufügen, die es erlauben, dann Transaktionen durchzuführen. Auf diese Art und Weise wird ein Bezahlsystem erstellt, welches mir ermöglicht, relativ schnell und effektiv auch kleinste Zahlungen durchzuführen. Stellen wir uns vor, dieses System ist verbunden mit meinem Stromzähler. Dann könnte es theoretisch möglich sein, dass der Strom, den man verbraucht, aller einer Minute abgerechnet wird. Dass die Miete, die man bezahlen muss, aller einen Monat, jede Stunde abgezogen wird. Man kann just in time Transaktionen durchführen. Die Überweisungsgebühren sind so minimal klein, dass wir da auch von sogenannten Mikropayments reden. Auf diesem kleinen Gerät habe ich sogar die Möglichkeit einen sogenannten BTC Pay Server mit zu installieren. Das habe ich hier mal gemacht. Habe ihn verbunden mit dem Bitcoin-Netzwerk, weil auf diesem kleinen Gerät läuft die komplette Bitcoin-Blockchain, sowie dem Lightning-Netzwerk. Hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich das fertig konfiguriert habe, sogenannte Rechnungen zu erstellen und jemanden aufzufordern, mir etwas Geld zu überweisen. Zum Beispiel 150 Euro möchte ich gern unter der Rechnungsnummer 789 für SQL-Grundlagenschulungen generieren. Dann habe ich hier so eine schöne Übersichtsseite und weise dann den Teilnehmer zum Beispiel an, hier diesen einen Tag SQL-Grundlagenschulung direkt zu bezahlen. Ich würde dann auch hier sofort auf meinem System sehen, dass die Zahlung durchgeführt worden ist und könnte auf die Art und Weise relativ schnell und interaktiv den Zahlungsverkehr überwachen. Ich habe also mit diesem kleinen Gerät nicht wirklich nur eine Möglichkeit, Zahlungen auszuführen, sondern ich habe ein komplettes Banksystem hier auf diesem kleinen Gerät installiert. Ob ich jetzt hier 150 Euro oder 3 Milliarden Euro überweise, ist egal. Das kann alles mit diesem kleinen Gerät durchgeführt werden. Ich brauche keine Dienstleister wie Paypal oder eine Sparkasse, um Überweisungen durchzuführen. Und das sind natürlich Sachen, die ein Metaverse irgendwann grundlegend benötigt, um Serviceleistungen just in time auch bezahlen zu können, um in dem Metaverse wirtschaftlich auch Service-Dienstleistungen anbieten zu können. Wenn wir jetzt also eine Blockchain haben, wo wir viele verschiedene Transaktionen ablegen können, dann sind die ja von allen Knoten einsehbar. Dort werden aber nicht die Informationen personifiziert. Das sind nur anonyme, große Adressen. Diese Adressen, die kann man auslesen. Das Netzwerk, welches die Blöcke baut, das sogenannte Mining-Netzwerk, wenn wir uns das jetzt mal auf Bitcoin-Ebene anschauen, das Proof-of-Work. Um einen neuen Block zu bauen, bedarf es eine Menge Energie, um das mathematische Rätsel zu lösen, um einen neuen Block zu finden. Und je mehr Knoten an dem Netzwerk teilnehmen, umso komplexer wird das mathematische Rätsel. Deswegen brauchen wir noch immer mehr Energie. Aber je mehr Knoten dem Netzwerk beitreten, umso sicherer, umso ausfallsicherer, umso skalierbarer wird eine Blockchain. Das also mal als Hintergrundwissen zum Thema, wie funktioniert eine Blockchain. Das ist die aktuelle Bitcoin-Blockchain. Und da sehen wir, dass wir an dem einen Block gerade arbeiten, der zusammengebaut wird und in den nächsten Sekunden quasi von dem Netzwerk freigegeben wird. Wenn dieser Block also fertig ist, alle Knoten über diesen neuen Block informiert worden sind, die sie verifiziert haben, dann wird er freigegeben zur Abspeicherung. Hier auf dieser Seite kann man live verfolgen, wie die Knoten gebaut werden und an welcher Stelle welche Informationen dem hinzugefügt werden. VeChain ist auch eine sehr bekannte Blockchain, die bereits viele verschiedene Unternehmen für sich verwenden, um zum Beispiel eine Lieferkettenapplikation zu realisieren. Dort soll es darum gehen, nachzuweisen, dass während des Transportes das Fleisch immer in einem gewissen Temperaturbereich gelegen hat. Das geht nur, indem man die sogenannte Kühlkette nachweislich von Start bis Ende reproduzieren kann. Das geht natürlich wunderbar mit einer Blockchain. Auf der VeChain selbst gibt es auch die Firma, das Unternehmen BMW, welches Ersatzteilverfolgung damit realisiert, das sogenannte Verify-Car. Dadurch kann BMW es schaffen, nachzuvollziehen, an welcher Stelle welche Bauteile, Ersatzteile eingebaut worden sind. So kann jeder Kunde letztendlich über die Blockchain nachvollziehen, ob das eingebaute Bauteil wirklich ein Originalbauteil ist oder irgendeine billige Kopie. Auch Samsung ist vor kurzem mit eingestiegen und möchte Applikationen auf der VeChain umsetzen. Die Information ist nur ein paar Tage alt. Wie man jetzt auf so eine Blockchain zugreift, habe ich mal in einem kleinen Beispiel umgesetzt. Hier starte ich eine kleine Aufzeichnung, die ich im Vorfeld durchgeführt habe, um zu zeigen, wie man mit Node.js relativ einfach mit diesen wenigen Code-Zeilen auf eine aktive Blockchain zugreifen kann. Dort habe ich es realisiert, relativ einfach alle Transaktionen, und man sieht dort schon eine ganze Menge an Datensätzen, die da entstehen, aus der Blockchain heraus zu extrahieren, um sie mir dann darzustellen, um sie mir dann in einer anderen Datenbank abzuspeichern. Dadurch habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, diese Datensätze in Referenz zu setzen und das mal optisch dargestellt. Das könnte man mit solchen Vertratungen, mit solchen Kugeln realisieren. Wenn ich jetzt einen Doppelklick auf diesen Knoten mache, will ich sehen, was hat der User denn alles für Datensätze verbunden. Sprich, welche Punkte, welche Temperaturmesswerte sind dort alle vorhanden. Und das jetzt mal hier dargestellt auf diese Art und Weise. Also der Zugriff auf eine Blockchain ist transparent. Jeder kann die Daten der Blockchain einsehen. Wenn wir über Blockchain reden, reden wir auch über sogenannte D-Apps, dezentralisierte Applikationen. Applikationen benötigen ja meist, um Daten abzuspeichern, eine zentrale Datenbank. Aber in der zentralen Datenbank haben wir immer das Problem, dass es gewisse Personen gewisse Gruppen geben kann, die an den Datensätzen manipulieren können. Um das zu verhindern, steigt man um auf die sogenannte Blockchain, um die Daten dezentral zu halten, manipulationssicher zu gestalten. Und diese Apps, die diese Blockchain verwenden, nennt man D-Apps, dezentrale Applikationen. Dezentrale Applikationen ist der Gedanke des Web 3.0s. Wir hatten zuerst das Web 1.0, statische Webseiten, das Web 2.0. Wir konnten in sozialen Medien interaktiv miteinander kommunizieren. Und der nächste Schritt ist das Web 3.0, in dem die Datenhaltung nicht mehr zentralisiert, sondern dezentral gehalten wird und die Hoheit über die Datensätze wieder zurück zu den jeweiligen Besitzung geführt wird. Twitter ist ein perfektes Beispiel für eine mögliche Web 3.0-App, welche die Hoheit der Datensätze der Tweets wieder zurück zu den Anwendern bringt und nicht irgendwelche Personen, die Macht oder Geld haben, entscheiden, welche Inhalte gepostet und welche Inhalte degradiert werden. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie können wir neue Applikationen schreiben, können wir auf eine neue Architektur setzen und für mehr Sicherheit und Skalierbarkeit im Netzwerk sorgen. Der große Nachteil ist natürlich, dass wir irgendwo einen staatlichen Kontrollverlust haben. Natürlich gibt es eine Menge Organisationen, aber auch Personen, die natürlich nicht erfreut wären, wenn Twitter auf eine Blockchain-Technologie wechseln würde. Denn dadurch hat man natürlich nicht mehr die Möglichkeit, diverse Zielgruppen von dem Portal zu entfernen oder zumindest zu verbergen. Blockchain, meine kurze Zusammenfassung, ist eben die Basis zukünftiger Technologien und kann mehr als nur im Finanzdienstleistungssektor eingesetzt werden. Blockchain ist eine Vertrauensbasis für verteilte Anwendung und ist die Basis natürlich für unser Web 3.0. Deswegen viele Unternehmen investieren in den letzten Monaten, Tagen verstärkt in diese Technik, um Applikationen zu bauen. Selbst in Azure, wenn man dort im Azure-Portal mal nach Blockchain sucht, findet man schon eine Menge Einträge, um irgendwelche Services von Blockchain-Basis zu starten. Jetzt kommen wir zu dem Thema NFT, Non-Fungible-Togens. Was ist das? Ich will es bloß kurz anreißen. Das Thema ist groß. Man könnte stundenlang darüber reden. Aber letztendlich kann auf der Blockchain ein Besitzeigentum quasi jemandem zugewiesen werden. Jemand, der ein NFT besitzt, kann also quasi anderen zeigen und auch nachweisen, dass ich das besitze und mein Eigentum ist. Ich kann ein Grundstück kaufen und das würde auf der Blockchain als NFT mir zugewiesen werden. Ergo, jeder kann sehen, wem dieses Grundstück gehört. Es ist manipulationssicher. Weil jemand anders, der diesen Token kopiert, würde ja in der Blockchain zeitlich gesehen danach einen Eintrag bekommen. Somit würden Kopien oder Manipulationen sofort auffallen. NFTs könnten zum Beispiel ein Nike-Schuh sein. Hier hat Nike in der Tat ein Nike-Schuh als digitales Objekt verkauft an eine einzelne Person. Und derjenige, der diesen NFT besitzt, darf quasi diesen digitalen Nike-Schuh sein eigenen. Und so stellen wir uns das auch in der Zukunft vor mit den Avataren. Jeder Standard-Avatar könnte ja nachkopiert werden, aber Accessoires wie in der Rolex, die könnte man sich als NFT kaufen und dann seinen eigenen Avatar personalisieren. Das würde abgespeichert werden in der Blockchain, sodass ich, egal in welcher App ich mich befinde, über die Blockchain immer meine Rolex mit in dem Avatar integriert wird. Und das ist der Gedanke des Metaverse. Nicht immer nur in einer App sich befinden, sondern App übergreifend auf die gleichen Daten zugreifen und sich personifizieren, applikationsübergreifend. Klar, so einen Schuh kann ich mir auch kaufen, aber sehr viel kann man da in der virtuellen Welt nicht machen. Anderes Beispiel. Die HTW Dresden ist auch schon aktiv unterwegs in Sachen VR. Die HTW beschäftigt sich dort natürlich hinsichtlich der Ausbildung und diversen Studienkreisen. Und da habe ich mal ein Beispiel vorbereitet. Da können wir uns auf YouTube anschauen, wie die HTW sich vorstellt, dort zu arbeiten. Also hier entwickelt die HTW virtuelle Realitäten, um den Auszubildenden mal einen Einblick zu geben, wie man zum Beispiel hier in der Heizungsanlage wartet. Es ist dann also möglich, in der VR-Umgebung erstmals sich mit dem Thema vertraut zu machen, das zu lernen. Das Wissen wird hier nicht theoretisch auf dem Blatt Papier vermittelt, sondern interaktiv, indem man das durchspielt. Es macht ja Sinn, bevor ich an eine CNC-Maschine gehe, das vielleicht virtuell mal getestet zu haben und Erfahrung zu sammeln. Erst danach würde ich mich dann an die Maschine im realen Leben herantrauen. Ein anderes Beispiel ist die Fachhochschule Dresden, welche nach interaktiven Lösungen sucht, um den Auszubildenden im E-Handwerk Wissen zu vermitteln. Dort sollen die Auszubildenden virtuell zum Beispiel versuchen, einen Herd anzuschließen. Auf diese Art und Weise können die Auszubildenden problemlos kennenlernen, welche Drähte an welche Position angeschlossen werden müssen. Falls mal was schiefläuft, ist es kein Problem. Man kann die Applikation einfach neu starten und beginnt das Szenario von vorn. Auf diese Art und Weise kann jeder Auszubildende interaktiv sich Wissen aneignen, was auch Spaß macht. Wie baut man solche virtuellen Welten? Ein bekanntes Tool ist da zum Beispiel der sogenannte Unity Editor, mit dem man interaktive virtuelle Welten bauen kann. Mit diesem Unity Editor ist es möglich, Sachen zu konstruieren und dort Interaktionen auf der Oberfläche zuzulassen. Hier baut man also eine virtuelle Umgebung, wo ein Roboter langlaufen soll. Den kann man dann selbst steuern. Das Coole daran ist aber, dass wenn man interaktive Programmpunkte programmieren möchte, diese auch in C Sharp realisieren kann. Hier sehen wir, wie eine Person durch diesen Raum, das ist einfach mal so ein Tunnel gebaut mit einer kleinen Erhebung. Und dann, wie funktioniert die Interaktion? Das programmiert man dann hier in C Sharp. Gut, sieht natürlich komplex aus, aber wenn man sich eine Weile damit beschäftigt hat, ist es relativ einfach. Eine App für alle virtuellen Applikationen. Beschäftigen wir uns also jetzt einmal mit der Applikation Horizon Workrooms, in der wir hier aktuell sitzen. Das ist eine Applikation, die von Meta bereitgestellt wird, um es zu erlauben, mehreren Teilnehmern gleichzeitig zu interagieren und Meetings durchzuführen. Und wir sehen ja mit Präsentieren, mit diversen Features, ich kann mir sogar von WhatsApp meine privaten Nachrichten hier einblenden. Um immer aktuell zu sein, ist es möglich, Inhalte und Themen perfekt zu besprechen. Auch interagieren können wir. Mit dem Pion kann ich abklatschen, wenn ich will. Das klappt auch sofort. Und wir haben die Möglichkeit, uns Videos anzuschauen und noch mehr Leute mit reinzuholen. Wir haben auch die Möglichkeit, den Raum zu personalisieren. Jetzt an der Stelle möchte ich mit euch einfach mal das Layout des Raumes verändern. Wir wechseln jetzt in den Unterhaltungsmodus. Jetzt sind wir geswitcht in den Unterhaltungsmodus und sitzen hier an einem runden Tisch, in dem wir Themen diskutieren können. Es gibt aber auch noch einen sogenannten Präsentationsraum. Ich wechsle jetzt mal in den Präsentationsmodus. Dieser wird natürlich vorrangig für Präsentationen, für Schulungen verwendet. Und da wechsle ich jetzt mal den Platz auf den Trainerpult, weil ich bin ja derjenige, der hier was präsentiert und zeigt. Und von hier aus kann man wunderbar in den Raum blicken. Aktuell sind vier Teilnehmer hier in dem Raum. Da können wir alle die Hand heben. Jawohl, das klappt. Jeder ist da. Noch keiner eingeschlafen. Wenn bis zu 50 Teilnehmer in dem Raum sind, dann könnt ihr euch vorstellen, dann ist das schon wie ein Konferenzsaal. Aktuell geschrumpft, weil wir nur vier Teilnehmer sind. Aber theoretisch können bis zu 50 verschiedene Teilnehmer gleichzeitig an diesem Raum teilnehmen. Und das verspricht natürlich noch viel mehr. Zum Schluss haben wir noch die sogenannten Breakout Sessions, die wir hier verwenden können. Da befinden wir uns verteilt im Raum, jeder an einem anderen Platz. Hallo. 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 Auf dieser Weise ist es möglich, selbst innerhalb eines Raumes verschiedene Gruppen zu bilden. Ihr habt ja auch akustisch gehört, dass wenn ihr dort hinten seid, es akustisch viel, viel leiser ist. Also die Teilnehmer, selbst wenn der Raum hier voll wäre, würden sich nicht untereinander derart ins Gehege kommen, sodass man akustisch nichts mehr verstehen würde. Willkommen zurück in der realen Welt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck von dem bekommen, wie es ist, miteinander virtuell zu kommunizieren. Wir können präsentieren, wir können miteinander reden, wir können den Raum konfigurieren. Wir können virtuelle Meetings durchführen. Natürlich ist das noch lange nicht der Gedanke des Metaverse, so wie es uns Mark Zuckerberg hat eingangs visioniert. Es bedarf einer ganzen Menge an Entwicklung dieser Technologien, die als Basis dazu dienen, um Transaktionen, um Besitzeigentum und, und, und nachvollziehbar, sicher abzubilden. Ich finde, es ist eine spannende Geschichte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie auch gerne Erfahrungen sammeln wollen, wie es ist, in so einem 3D-Raum mal eine Diskussion, mal ein Meeting durchzuführen, wir haben Headsets, stellen die Technik gerne bereit, kommen Sie einfach zu uns, sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin, dann können wir gerne auch mal ein Test-Meeting durchführen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. An dem nachfolgenden Track Chat-GPT und Web 3.0, auch ein sehr spannendes Thema, basierend auf der Blockchain-Technologie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, bleiben Sie gesund und alles Gute. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.